Hallo, und wie schmeckt dir der Ultrascheißburger? Ach, sag nichts, ich weiß doch, dass er geil schmeckt. Guck, ich ess ihn sogar selber. Lecker. Kotz, kotz. Und weg damit. Der Burger vom Hertha hat gewonnen. Er besteht praktisch nur aus Müll, also... Einfach nur lecker. Entschuldigung, aber ich hab doch gar keinen Burger gegessen. Ahahaha, na, und? Ist doch egal, Ulbfisch. Ich hab gewonnen. Ich bin allmächtig. Muhahahahaha. Ich bin ein Penis! Ich bin allmächtig. Ich bin Allmächtig. Ich bin allmächtig. mek Bis zum nächsten Mal.